Das ist doch richtig so. Ja, wieso machen wir das denn? Hast du das jetzt ausgemacht? Nein, 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 nein. Okay, herzlich willkommen zurück. Wir sind cool, babe. Oh, ich muss da gleich hin. Mann, ich hatte grad... Egal, Leute. Neue Runde, neues Glück. Och, ich hasse das. Ich hasse das. Hey, Leute, ne? Wie geht's euch? Ich freue mich immer noch, ja? Wegen dem neuen Harry Potter-Spiel, aber das möchte ich eigentlich gar nicht mehr thematisieren, Leute. Das ist ja schon fast alter Schinken. Och, ne, ich muss da rein. Ich muss da hier rein. Och, Mann. Dass mich da jetzt Conny erwischt hat vorhin in der letzten Runde. Wie war für euch vorgestern? Mann. Egal, ich war eh Trash. Ich war eh Trash hier. Aber für die Aufnahme, Leute. Für die Aufnahme. Äh, ich hoffe, dass wir vielleicht nächstes Mal... Also, beim nächsten Aufnahmetermin mal wieder eine andere Map spielen. Weil die habe ich schon so oft. Ich hätte sie viel, viel... Lieber diese Reaktormap. Äh, nicht Reaktormap. Diese... Ach, mit der Schleuse. Mit der Luftschleuse da. Wo war er denn? In Atmen. Und ich weiß nicht, ob Simon blind ist? Oder einfach nur Imposter. Oder einfach nur Imposter. Äh, wund... Sorry, aber wunderschön, war er. Also, die Leiche lag am Kartenzieher. Und Simon steht daneben. Und macht angeblich was. Also... Das ist so cool. Ich weiß, wer es ist. Ja, ich habe gerade meine Daten hochgeladen, aber auch nichts gesehen. Ist halt so. Also, gleich aus... Ja, ja, Simon, 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 Simon. Ich mache Crash danach. Ja, ja. Wir wollen... Wollen wir jetzt nicht rausgehen. Also, warte, wen machen wir jetzt? Oder was machen wir jetzt, wenn er sich... Es gibt... Wenn er jetzt... Ich bin mal interessiert, wenn Conny denkt. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl. Ich will. Ja, 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 ja. Ich fühle es auch. Ich fühle es auch. Ich fühle es auch. Ich fühle es auch. Ich habe es. Der Fuck? Ich bin wieder so schlecht. Johnny, der ist halt da runter, ne? Ich mache Crash gleich. Gleich? Gleich. Oh, die und der Trash, ey. So, wir gehen da runter erstmal. Machen jetzt erstmal die restlichen hässlichen Tasks, ja. Leon tötet ihn jetzt wahrscheinlich. nicht. 3, 2, 1, Ferra Vertu. Nein. Macht er nicht. Er wartet auf ihn. Okay. Ich mach jetzt auch Müll. Sieh ich das jetzt auch hier unten? Schauen wir mal. Tatsächlich. Lustig. Finde ich lustig. So, oh nein. Oh Gott. Die Leertasten Challenge hier. Oh, oh, oh. Guck mal auf Anhieb. Ich bin so gut heute. Ich bin echt gut. So, jetzt ist er aber tot, oder? Oh, 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 oh. Natürlich nicht. Aaron hat ihn gefunden. Danke, weil ich war ganz links am Reaktor, ne, und wenn ich da bis dahin gekommen bin. Egal, wo denn. Also ich hab vergessen, ob es Moritz oder Simon war, aber war auf jeden Fall in der Lechtwickler drin. Hä, ich bin tot. Schwierig. Ja, ich mein, welche Leicht ich gefunden hab. Simon hast du gefunden. Moritz war aber auch tot. Moritz ist ein bisschen länger tot. Okay, Leon, ich glaub, wem played beim ersten Killen. Den zu killen, der zu instant report. Hä, ich glaubst, es ist Liam, oder was? Ich glaub, es ist Liam, oder was? Oh, ich hab keine Ahnung. Ey, lass uns doch alle wieder zusammenlaufen, damit wir da keine Fakt sind. Entweder ist es Lexi oder Tanker, weil es ergibt halt keinen Sinn, dass Conny von rechts kommen wird und Simon da längst liegt eigentlich, weil man da nicht hinwenden kann. Ich bin's nicht, mein Freund, ich bin's nicht. Wo war das jetzt? Aber es kann auch sein, dass ich mich irre. Wo war das jetzt? In der Lechtwickler. Okay. Der kann man ja nur bis zur Security-Kammer wenden, oder bis zum MAD-Raum. Und da ist halt kein Kaffitarier-Sender. Geben dem im Boss dann auch ne Chance. Leon. Was sollt' er machen? Was habt ihr jetzt gemacht? Ja, dich geworotet. Das sowieso. Weht der Tanker, weht der Tanker, weht der Tanker. Alter, du bist so unzähl, du bist unzähl, wie schlecht, ey. Ich hab das Gefühl, es ist Conny wegen der Aussage noch am Ende. Keine Ahnung. Ich hasse dich, Conny, alter, warum? Wenn du der Kaffitarier ist, ist das extrem in der Nähe von MAD-Bay. Oder komm mal hin, Wendy. Aron, Aron, ich bin voll bei dir. Man kann auch in Security wenden, und Lexi war beim Reaktor, also. Oh. Ja. Nee, ist nur. Okay, merk ich mir fürs nächste Mal. Ja, das merk ich mir, dass du mich hasst. Ich hasse euch auch hier mittlerweile. Wie könnte man dich hassen. Oh, ich hab immer noch Aufgaben. Oh, ist das ein Erd. Ja, anscheinend geht's ja. Ich dachte, ich wär fertig. Nein. Oder hat jemand Tür zugemacht? Wahrscheinlich ist Conny jetzt auch tot. Ja. Ja, hat Leon wahrscheinlich gleich gewonnen. Naja, so ist das Leben hier. Auf diesem schönen Raumschiff. Oh Gott, ich... Oh. Muss ich den letzten Task machen, oder was? Ich glaub schon. Ja, muss noch zwei... Drei töten. Oh. Ja, Leon. Jetzt... Also, jetzt wird's langsam Zeit, ne? Jetzt wird's echt langsam Zeit. Dass du da mal jemanden tötest. Weil sonst ist's gleich vorbei. So, Leon, nimmst den Moment und tötest. Ja. 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 Und ich dann weiter weg. Das weißt du. Und den... Ach, Mann. Und Leon trifft auch noch den Aaron. Das ist ziemlich... Ziemlich gut gespielt. Ziemlich gut gespielt. Ziemlich gut gespielt. Ich hab mich extra mal kennengestellt, damit du siehst, dass ich... Jetzt Worte! Ach, okay. Ist Lexi lost oder nicht? Das sehen wir jetzt. Scheiße. Oh, oder... Oh, das ist doch ein Lexi. Das war richtig wie ein Plan. Nee! Lexi hat's richtig gemacht! Oh, Lexi ist es dann. Boah, wie ich immer gecallt hab mit der Cafeteria. Ey, ich wusste es einfach. Aber... An sich war's echt gut gespielt. Aber... Aber... Aber Connys Vertrauen noch am Ende. Ja, weil... Das ist wieder ne Frechheit, wie Lexi feucht wird und auf Conny auch. Nee, sie hat alles richtig gemacht. Als wärst du dahin geflasht. Ja, Lexi läuft aus. Lexi läuft so aus, ey. Du hörst wieder nur auf deinen Lover Conny. Jetzt fängt Conny auch schon aus. Nein. Können wir Wischeltas bitte ausmachen? Ja, ich mach so... Ich weiß nicht, wo das ist. Läsch schon aus. Oder? Ja, überkomm'n Taz. Da steht auch Wischeltas. Jetzt mach doch endlich Start.